Ich bin wieder im Spiel Starfield und wir sind am Weg um das Geheimnis zu lüften. Wir haben mit den zwei Gesandten gesprochen, in Frieden, mit den zwei Steinen Typen da. Und jetzt bin ich unterwegs zur Loge um zu besprechen was getan werden muss. Wir haben einen Schlüssel gekriegt und eine Mondbasis. Das soll man genau anschauen. Das war übrigens die Sarah in einer anderen Form, in einem anderen Multiversum. Also ja, so schaut es halt aus. So, wir spielen jetzt einmal weiter, gell? Das ist meine Figur. Da schaut die überhaupt nicht wie ein Marinos. Ja, ha! So, und die Garnisaren kannst du nicht. Viel Spaß bei deinem Besuch auf Jamison. Schön, dass es dir gut geht. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Schön, das ist alles gut. Schön, das ist alles gut. Oh! die stadt ist ein mächtiges sinnbild für die united colonies was wirklich glück dass walter sein beträchtliches vermögen nutzt um die loge zu finanzieren hey ich habe mit den anderen geredet es wäre schön wenn wir uns versammeln abschied nehmen du weißt schon von sarah danke ohne dich wäre es nicht das gleiche in ein paar tagen wird alles bereit sein fünftagen matteo hat uns von deiner pilgerreise erzählt du hast sie gefunden die bedeutung von allheit wie ist das zentrum eines multiversums wir bauen den weg dorthin moment wie war das mehrere universen du kannst unmöglich das mein was ich glaube ich will ja nicht der kopf mensch sein aber der parkenschlag was wir hier eigentlich bauen muss vielleicht noch eine sekunde sacken willst du das ganze mit den multiplen universen mal für alle durchgehen ja mir werden ein paar mehr details ganz recht eine starre version sagte mir die allheit erschaffe die sternen blüter sie bereisen universen das erklärt warum die sternen blüter sie so dringend brauchen wer sie alle bekommt hat ein tor zur unendlichkeit ich will gar nicht an die nötigen physiologischen veränderungen denken um zwischen den universen zu reisen und was ist dem verstand zufügt erleuchtung oder vergessenheit wie beim hunter du hast die chance das was deinem gott am nächsten kommt zu erreichen und du hinterfragst das man nähert sich dem leben nach dem tod nicht ohne eine gewisse beklemmung wir sollten uns alle zeit nehmen und darüber nachdenken was das bedeutet du hast recht das ist viel zu verarbeiten ich denke ein bisschen zeit um uns zusammen kann nicht schaden aber du weißt wo ich sein will wenn alle bereit sind ganz vorn in der mitte ich will ja keinen knick ins große märchen machen aber ich habe das auge repariert es ist blau aber blinzelt noch die bescheid wenn du bereit bist das was es gesehen hat weiter zu verfolgen da ist die da ist die unterhalten wir uns da ist wieder dieses gefühl der leere es fühlt sich an als hätte die loge plötzlich ein loch wo einst jemand war das tut mir gut tagsüber mit ihr die galaxie erkunden abends die mysteriösen probleme meines längst verstorbenen mannes ergründen schön dass dein sinn für humor wieder da ist wasgo hat ihn nie wirklich geschätzt wenn ich daran denke wie oft ich wasgo mein herz ausgeschüttet habe ich habe ihm alles über erwin erzählt da zeigte er mir zur hilfe ein trauerdiagramm du hast mit wasgo über erwin keredet warum nicht es gibt deutlich weniger sensible menschen für die meisten gespräche reicht wasgo völlig aus wasgo war sicher ein zuverlässiger co-pilot mit ihm gelangt man gut ans ziel er ist ein erstklassiger co-pilot ich würde ihn jedem empfehlen jedenfalls bin ich froh dass du gerade hier wirst weil es neuigkeiten zu erwinns fall gibt mein kontakt hat sich gemeldet sieht so aus als hätte die hefastes mining corporation den richter bestochen und das ist nicht alles mein kontakt hat sich echt eingesetzt tatsächlich wurde der zeuge so lange bedroht bis er einen rückzieher machte und dank unseres kontakts haben wir die belege dafür gibt es einen beweis für die bestechung des richters durch hefasteos die überweisungen am tag vor dem urteil erhielt der richter einen ganz bestimmten betrag das ist ein beweis dafür dass der zeuge eingeschüchtert wurde mein kontakt hat ein audiolog mit der bestätigten identität des sprechers zeitmarken und so weiter hast du den beweis dabei nein mein kontakt hat ihn ich vertraue wir waren schon mal ein team außerdem weiß ich noch nicht was ich damit anfangen will ich sollten jetzt einen anwalt anheuern schön dass du so überzeugt bist anders als ich gegen so ein gewaltiges unternehmen könnte dieser beweis nicht ausreichen ich kenne einen cyber runner der sich mit firmen archiven auskennt bevor wir zu einem anwalt gehen kann er sich da rein hacken wenn wir was drauf zahlen kann er illegal an die daten gelangen und wenn wir erwischt werden keine ahnung schätze dann kommt der anwalt im spiel ok ich gebe dir 4.000 credits danke ketten aber überlass diesmal die gebühren oder schmiergelder mir du bist schon so eine große unterstützung also lass mich das übernehmen je nachdem was dabei herauskommt sollten wir einen anwalt hinzuziehen ich werde ein besorgen wird nicht so leicht es mit festes aufzunehmen und das sage ich der schon gegen die fliege kämpft hat vielleicht sollte ich die kunst des kreuzverhörs studieren wäre vor gericht sicher nützlich warum muss ich der allwalt kümmern wir sollten uns auf das sammeln von beweisen konzentrieren ein guter rat man sollte seine tatsächlichen grenzen kennen und nicht die einer mysteriösen superkraft wie auch immer vertreiben wir uns die zeit bis der cyber runner sich meldet hey lass uns nicht zu lange in der loge bleiben wir sollten wieder abfliegen natürlich schießlos reden wir über erwins fall ich glaube wir werden bald mit einem anwalt sprechen müssen wird schwer jemanden zu finden der so einen alten fall annimmt so ein bisschen vertreiben wir wollen wir mal auf die füste montieren die andere märkte die 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 denn die hier die 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 Das ist die Aufmerksamkeit. Hier ist Leia. Verrät. Denigastia. Tempo. Und was? Gut, 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 gut. Okay. Mit seinem letzten Blick hat das Auge am äußersten Rand des bekannten Weltraums womöglich die einzigen Teile gefunden, die nicht in den Händen der Sternenblüter sind. Dann weißt du noch, als der Weltraum und sein einziges Problem war. Ei. Die Pechschwarze See wirkt weniger beängstigend, wenn du von Haien angesprungen wirst. Danke, Wladimir. Ich seh mir das Ganze mal an. Drück das Glück da draußen. Zuhause ist heilig. Das kann man schwer reparieren. Und die Dunkelheit wird um eine Kerze mehr erhält. So, was sagst du eigentlich zur Allheit? Komm wieder auf eine Sache. Die beiden Sternenblüter sind Leute, die du kennst. Nur sind sie nicht die Leute, die du kennst. Sagen und machen, was die Leute, die du kennst, nie würden. Kein gutes Omen für alle, die in die Allheit treten. Oder hindurch. Oder wie immer. Mal überlegt, was sie mit dir machen könnte. Vielleicht ist das Ganze ja eine Chance neu anzufangen. Jemand anders zu sein. Oder man ist gefangen in dem, was die Sternenblüter ihr Leben nennen. Was auch ihre Differenzen sind. Sie folgen beide dem Rat der Besessenheit. In der Loge sind alle etwas distanzierter. Damit ist wohl zu rechnen. Ich würde lieber draußen im All Helium verbraten, als hier zu bleiben. Verstehst du? Wir haben eine schwere Zeit vor uns. Die Wunden der Loge heilen nur langsam. Gerne. Gerne. ja acht kese Eine Kese-Porte Ehm... Ich muss doch nicht nehmen die Muni von hier Osteru die loge ist nicht mehr so behaglich wie sie mal war ich trage gerne noch ein oder zwei waffen oder auch drei wenn du reden willst mach schnell ich komme sonst zu spät zu noelts unterricht was ist und Ah, derjenam an, man schlick. Ah, man. Achıla? Naja, naja. 1, 2, 5. Ah, das istempre, das istempre, selге. Ah, muito bom. Ja, ich weiß nicht mehr. Das war nicht der erste Verlust der Constellation, aber wohl der totalste. Ist Gott real? Die eigentliche Frage ist doch, ist Realität göttlich? Das Leben selbst sehnt sich danach, in Rätsel zu werden. Wird Gutsein nicht nur am Guten gemessen? Ist das Leben nicht nur Teilhabe am Sein? Denn so beeindruckend die Vielfalt des Universums auch ist, sie existiert doch nur als Kontrast zu einer Einfachheit von solch Reinheit, dass sie ursprünglich oder gar göttlich scheinen muss. Unser Wesen entspringt der Vorstellung ihres Verstandes. Doch was wir als Vorstellung und Verstand verstehen, übersteigt derart unseren Horizont, dass selbst diese Metaphern kaum mehr sind als der Schaum auf den Wellen einer tosenden See. Okay. Es geht noch weiter, aber das waren die Sätze, die mich am meisten ansprechen. Ähm. Danke. Das war sehr tiefsinnig, Matteo. Vielen Dank. Möchte noch jemand etwas mit uns teilen? Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr hier seid. Danke. Und ich werde alles tun, um ihr Andenken zu ehren. Danke. Danke. Wenn noch jemand etwas sagen will. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Neben den Reparaturen, den Einladungen und all den Formalitäten hatte ich nicht viel Zeit. Es geht wirklich nicht richtig aus. Was? Nein. Ich weiß. Es ist nur... Tut mir leid. Wenn ich weiter rede, fange ich an zu heulen. Ähm. Ich gehe dann mal. Ich spreche nicht oft darüber, woran ich glaube. Das scheint einfach überflüssig. Aber im Angesicht des Todes kommt man kaum umhin, in sich zu gehen. Wir haben einen geliebten Menschen verloren. Das ist endgültig. Es gibt keinen Gott im Himmel, der den perfekten Ausklang inszeniert. Es liegt also an uns. Wir sind noch hier. Wenn dieser Verlust uns zu größeren Taten anspornt, dann bewirkt er auf diese Weise... ...etwas Gutes. Unsere Welt wird von Menschen geformt. Wir sind es, die Dinge als gut oder böse einstufen. Als freudvoll oder traurig. Wir tragen Verantwortung. Lasst uns dessen gedenken, was wir verloren haben. Walter, bist du Mitglied im Haus der Aufklärung? Das wusste ich nicht. Tja, nun... Manches behalte ich lieber für mich. Wir machen mal schnell. Ihr denkt vielleicht nicht gerne darüber nach. Aber nach dem Tod werden wir komplett zersetzt. Wir verwesen. Wir werden von Insekten und Mikroben gefressen. Oder wir werden mangels einer Biosphäre einfach von Raum und Zeit fortgetragen, bis wir in einer fernen Sonne verglühen oder in ein Gravitationsfeld gezogen werden und mit irgendwelchen Trümmern zusammenwachsen. Kein schöner Gedanke, was? Ich sehe das nicht so. Für mich ist der Gedanke viel unangenehmer, dass nach meinem Tod das Universum einfach still steht. Stell dir das mal vor. Dass das Universum weitermacht. Dass Leben weitergeht. Dass nicht alles still steht. Das ist genau der tröstliche Gedanke, den ich brauche. Ja, wir sterben. Manche von uns früher als wir sollten. Aber das Universum kümmert das nicht. Denn es ist unendlich. Es dehnt sich immer weiter aus. Und wer würde nicht Teil der Unendlichkeit sein wollen? Selbst für eine kurze Zeit. Wir machen uns keine Sorgen um uns, bevor wir geboren werden, oder? Natürlich nicht. Wir tauchen aus dem Universum auf und verschwinden dann wieder darin. Und kurz sind wir zusammen hier. Nun, ja. Eine wirklich interessante Perspektive, Barrett. Ja. 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 Hast du kurz Zeit? Ich unterhalte mich bei Trauerfeiern nicht gerne, aber... Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich hoffe, es ist nicht zu taktlos, jetzt über so etwas zu reden. Werden wir das nicht alle? Nun, ich habe dich genug in Anspruch genommen. Weißt du, dieses Gefühl ist eigentlich nur eine chemische Reaktion, die dazu dient, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Bei mir klappt das nicht. Egal wie oft ich das durchmache, der emotionale Abstand wird jedes Mal größer. Hast du auf Irwin's Begräbnis? Ich weiß es nicht mehr. Bestimmt. Als das Begräbnis vorüber war, als alle nach Hause gingen, dachte ich, es wäre vorbei. Manchmal braucht man wohl mehr als das. Ich glaube, wie war es, was du meinst? Zieh uns an. Zwei einsame Wölfe, die in der gleichen Nacht den Mond anheulen. Einen Rat kann ich dir aber geben. Verlorene Personen, die uns lieb waren, finden immer ihren Weg zu uns zurück. Eines Tages räumst du nur auf oder durchwühlst da den Schreibtisch, und plötzlich ist da ein Briefbeschwerer, ein Schmuckstück, irgendein Geschenk an dich. Theoretisch meine ich. Wo legst du je, wie dein eigenes Begräbnis sein wird? Nein, nicht eine Sekunde. Begräbnisse sollen die Verbliebenen daran erinnern, dass sie nicht allein sind. Den Toten ist das dann schon egal. Herr Barrett, das hilft. Immer gern. Wir kennen uns nicht, Aja Mamasa. Ich war Vorsitzende der Constellation. Ich wünschte, ich wäre unter besseren Umständen hier. Unter Umständen kann man leider nichts ändern. Ja, natürlich. Leider ist das nicht meine erste Constellation Trauerfeier. In 35 Jahren musste ich von vielen Freunden Abschied nehmen. Es schmerzt mich, über ihren Tod zu reden, aber ich fühle mich einfach wie gelähmt. Sarah hat mir alles bedeutet. Sobald ich sie traf, wusste ich, sie war die Zukunft. Wie war Sarah damals schon? Genau wie du sie sicher auch kennst. Entschlossen. Furchtlos. Und mit dem Hauch eines Lächelns im Gesicht, wenn sie wusste, dass sie am Gewinnen war. Die einzige Herausforderung war, ihr etwas Taktgefühl beizubringen. Ihre alten Militärgewohnheiten brachten ihr immer wieder Ärger ein. Das ist eine Dioxiana. Ja, sie konnte mich unheimlich glücklich machen. Und andere Male stritten wir wie ein altes Ehepaar. Beziehungen in der Constellation sind immer noch kompliziert, nehme ich an. Wenn man sich wie eine Familie fühlt, verschwimmen die Grenzen der Formalität. Das macht jeden Verlust nur noch schmerzlicher. Aber hoffentlich war eure gemeinsame Zeit dadurch auch umso wertvoller. So blicke ich zumindest darauf. Du warst vor Sarah Vorsitzender? Ja, das war ich. Sebastian Banks war mein Mentor. So lange bin ich schon Teil unseres kleinen Vereins hier. Du kanntest Sebastian Banks? Ich kannte ihn, stritt viel mit ihm und versuchte sein Andenken zu wahren. Wir sagten immer, morgen kommt Sebastian wieder. Als Erinnerung daran, dass er noch mit uns war, noch immer in diesem Gebäude steckte. Ich werde alle Vitalwerte auf Zeichen andauernder Traumata prüfen. Meinen Informationen nach handelt es sich hier um eine traurige Angelegenheit. Das scheint so zu treffen. Hast du Emotionen erfinden? Nein. Ich bin zur Analyse von sensorischen und biometrischen Daten programmiert und kann daher nicht in dem Sinne fühlen, wie Sie es meinen. Das stimmt was. Ich bin für die Bestätigung meiner Analyse dankbar, obwohl das sicher wenig zur Besserung Ihres seelischen Zustands beitragen wird. Wenn Sie möchten, kann ich aber einige tröstende Phrasen in meine Datenbank laden. Die Anpassung wird eine Weile dauern, aber alles wird gut. Wie war das? Ich war den Trailer noch nie näher. Ich speichere das Feedback ab. Ja klar, eine Tür macht rufen. Oh. Hi. Sarah wäre stolz auf dich. Weißt du? Ja, ich weiß. Das hat sie mir tausendmal gesagt. Ich fühle mich nur... ...so allein. Mit Sarah war das wieder wie eine Familie. Wie sie mich anlächelte, hat mich an meine Mutter erinnert. Das fehlte mir so. Jetzt ist sie weg. Und ich muss von vorne beginnen. Wieder. Du bist nicht alleine. Der Rest der Constellation ist auch noch für dich da. Das ist nicht dasselbe. Sarah wurde langsam wie... Naja, sie war wie meine neue Mom. Ich will das nicht nochmal durchmachen müssen. Es ist zu hart. Ich fasse es nicht, dass Sarah tot ist. Das ist nicht fair. Solange ich da bin, wirst du nie alleine sein. Was verspreche ich dir? Meinst du... Das ernst? Das wäre ja so schön. Hey, danke für das Gespräch. Es geht mir tatsächlich etwas besser, weil dir meine Gefühle nicht egal sind. Ich bin wohl doch nicht so allein. 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 Zu trauern fühlt sich irgendwie... falsch an. Eigennützig. Tränen bringen die Toten nicht zurück. Es ist nicht falsch daran zu trauern, Matteo. Es ist leichter sich schuldig zu fühlen. Entschuldige mich. Entschuldige mich. Entschuldige mich. Oh, Sarah, wie bin ich da? Ich wünschte, das wäre nicht passiert. Wir sehen uns draußen im Sternenmeer. Das ist ein schwerer Bug-Podester, das ist ein schwerer Bug-Podester. Hier sind so viele Leute, alle um sich zu verabschieden. Sag, sag uns einfach, wenn du etwas allein sein willst. Sollen wir uns dadurch besser fühlen, nur weil wir alle zusammen sind? Wir haben jemanden verloren, es ist nur natürlich, dass wir uns nach Nähe sehnen. Aber das, das ändert überhaupt nichts, oder? Du bist nicht alleine, Frau, wir sind alle für dich da. Ich würde am liebsten einfach Millionen Lichtjahre weit weg sein. Lass mich einfach erst mal allein, okay? Alle trauern. Ich kann es nachvollziehen, aber ich selbst fühle nicht das Gleiche. Auch du traust dir, Andrea, auf deine eigene Haut. Ich habe tot gesehen. Habe Menschen verloren, die mir nahe standen. Aber das ist anders. Und ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Brauchtest du das, Andrea. Schäm dich nicht für deine Gefühle. Danke. Ist es hier leiser als sonst? Oder irre ich mich? Ist es leiser, ja? Tod, dieser Bastard, holt uns alle. Es gibt eine alte Geschichte von Aquila über zwei Pioniere, die ein unerforschtes Gebiet besiedeln wollten. Einer wird krank und wird es nicht überleben. Also sagt er zu seinem Partner, Begrab mich nicht. Lass die Erde sich ihren Anteil nehmen. Ich würde dich lieber als Geist verfolgen, als im Jenseits eine Ewigkeit lang allein zu sein, bevor du eintriffst. Traurig, was? Ja, ist es, ähm. Pass auf dich auf. Einen Drink? Auf die Pechschwarze See? Auf alte Freundschaften. Mögen ihre Geister über die Grenzen des Alls ins Jenseits finden. Auf alte Freundschaften. Aye. Keine Ahnung, wo's Digestive heißt. Ich habe wieder auf das Beidee gehört. Ah, wie ist es? Ein T Rock ist hingegen. Ah Ich bin nach der Beidee. Wenn es meine Abfahrt ging zum Beispiel. Kapitän, freut mich, Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen dienen, Kapitän? Ich glaube, den ganzen Gramm der Allheit und alle zu vollen Medienuniversen. Das menschliche Verständnis der Physik hat bisher keine Hinweise darauf gegeben, dass so etwas möglich wäre. Und doch sind wir zwei Individuen begegnet, die physiologisch identisch mit uns bereits bekannten Menschen sind und Wissen und Technologie besitzen, die sie der Wahrscheinlichkeit nach sonst nicht besitzen könnten. Es ist in der Tat möglich, dass sie die Wahrheit sagen, dass diese Allheit existiert. Es werden mehr Daten benötigt. Also brauchen wir die restlichen Artefakte. Das würde zumindest die Behauptung verifizieren, dass die Artefakte nötig sind, um die Allheit zu erreichen. Ja. Dann auf Wiedersehen. Man kann es deutlich schlimmer erwischen, als bei der Constellation. Es gibt niemand, was verschafft mir das Vergnügen. Auf Wiedersehen, Liebling. Brauchst du was? Ist schön unterwegs zu sein. In der Loge wird es manchmal etwas eng. Hast du was Interessantes mit mir sehen? Naja, einigermaßen interessant ist es. Hier. Ein Lied, die Jugend. Danke. Können wir aufbrechen? Mich juckt sowieso schon in den Fingern. So. 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 Okay. Aye. Aye. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Okay. Na gut. Wir haben uns irgendwas mit der Welt. Wir machen jetzt einmal nett mit dem Wertblatter. Aber. Andi, ja. Dann. Ähm. Ich glaube, ich spiele den Stranger mit einer. ja ja ranger mission Wir machen diese Klinik aber Das Paket wurde also zurückgebracht. Wir haben Gesellschaft. Guten Tag. Gleichfalls. Ja, ja. Was sagst du, again? Wir kennen uns nicht, glaub mir. Ja, ja. Das kann jeder behaupten. Oh, ich bin nicht so was am Boden. Ich bin nicht so, ich bin nicht so. Ach, ich bin nicht so. Ah, ich bin nicht so. Das ist besser, was dieser Cash ist wieder. Und Verwahrungspunkte auch. Okay. Scherzpitz. 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 Ja. Ausrüstung ist gleichbedeutend mit Sicherheit. Ich würde nie minderwertige Ausrüstung verkaufen. Outland hat Standards und ich halte sie ein. Okay, Outland. Dann schau mal, was du hast. Ja, nur zu. Sieh dich ruhig um. Mhm. Wow. Mhm. Scherzpitz. Ich werde auch verkündigen. Scherzpitz. Ja, ja, ja. Pass auf dich auf. Ja. Ich geh nicht weg. Komm schon. Komm schon. Das passt nicht zusammen. Der Raumhafen hat Anti-Xeno-Protokolle. Wie konnte eine ganze Herde Terror-Morphs unentdeckt landen? Ah, das kann noch mal. Okay. Okay. Im Raumhafen von New Atlantis hat sich ein Albtraum von fast biblischem Ausmaß ereignet. Wir alle wurden von drei Terror-Morphs angegriffen und bedroht. SNN hat ein Exklusivinterview mit einer der Schlüsselfiguren geführt, einem Mitglied der Constellation. Die UC Security konnte mit der unerwarteten Hilfe der Constellation die Bedrohung durch die Terror-Morphs neutralisieren. Ein bescheidener Held sagte, ich wollte nur die Zivilisten beschützen und überleben. Und obwohl der Angriff vorbei ist, haben viele von uns noch Albträume von diesem Tag. Unser Held bleibt jedenfalls wachsam. Ich ruhe nicht eher, als bis die Terror-Morph-Gefahr gebannt ist. Das Herz der besiedelten Systeme. SNN Nein, ich ruhe nicht mehr. Um Raumhafen mal bitte. Korra wirft gern Steine in den Teich. Also warf. Gott, ist das ewig her. Ist das dein Schiff, das da gelandet ist? Ziemlich schickes Teil. Willkommen zurück in der Perle der UC. Hallo, New Atlantis. Ich hab' einen Bekommel gemacht, aber ich hab' einen Bekommel gemacht. Ah, mit der Baseball. Ah, ein bisschen gut. Captain, benötigen Sie meine Hilfe. Okay. Före hierher. Ich bin ganz oben, Captain. Hm? Sehnsucht. Ich bin dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Immer. Hallo? Dieser toter Politik, Kolonist. Hat da irgendjemand... Weiß da irgendjemand was drüber, dass da ein toter Kolonist rumliegt? Sam? Mein Lieblingsmensch. Äh, weißt du was drüber, Andrea? Okay, ich hab' geschwunden. Gut. Cora, äh, die schlacht doch nur, gell? Ich hab' nichts mehr. So. Liegt bitte nicht dem Captain in den Ohren, okay, Cora? Was? Findest du mich nervig? Äh, nein, nie. Schlechte Wortwahl. Sei einfach... Netzer Crew. Na klar. Dieser Buchsammlungsfond, von dem ich hörte? Sagst du nicht immer, hör' nicht auf Gerüchte? Hm. Na gut. Hm. Hm. Na gut. Gut. Okay. Ich befiele mich auf der Suche nach Maya Cruz, einem Technikgenie und hochrangigen Mitglieder First, die kürzlich eine Notoperation benötigte. Marshall Blake hat vorgeschlagen mit Ranger Ben Amistad in der Klinik zu sprechen, einer hochmodernen medizinischen Einrichtung. Und bin jetzt unterwegs hin. Ähm. Schauen wir mal. Sag auf Wiedersehen. Hm. 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 Ja. Hm. Ja. Hm. Hm. 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 21 21 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 27 26 29 29 29 30 29 31 Nichts Negatives, falls du dich das fragst. Konzentrier du dich einfach auf deine Aufgabe. Ja. Dann weißt du ja, dass ich Mitglieder der First aufspüre. Und zwar mit Erfolg, was man so hört. Ben Amistad. Freut mich. Tja, das ist wohl die Quintessenz. Du bist das neueste Mitglied der Ranger, ich das älteste. Wie geht's, alter Freund? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sam Cole? Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Wie alt ist Cora jetzt? Neun? Zehn? Schön wär's. Sie ist zwölf. Schon fast ein Teenager? Oh meine Güte. Als ob ich nicht schon genug graue Haare hätte. Bist du zurück? Oh nein, so ist es nicht. Ich passe hier nur auf den Deputy auf. Ich will schließlich den ganzen Spaß nicht verpassen. Verstehe. Na gut, dann kommen wir zur Sache. Also ist eine First-Saltnerin hier in der Klinik. Genau, das will ich hier rausfinden. Du willst direkt loslegen, was? Hier gibt's die beste Behandlung in den ganzen besiedelten Systemen. Viel besser als alles, was diese UC-Schweine haben. Witzig, oder? Wo sie die Station noch gebaut haben. Ich weiß, wer dir da helfen kann. Hier entlang, Deputy. Hast du Zeit zum Reden? Das wäre wirklich richtig klasse. Unter uns? Ich weiß nicht recht, warum jemand das Bedürfnis hatte, hier einen Ranger zu stationieren. Ich bin im Prinzip nur ein besserer Bodyguard für Dr. Darwish. Sie hat hier das Sagen. Und sitzt auch im Rat der Gouverneure. Das Personal ist nicht gerade begeistert von meiner Anwesenheit. Und ich mag das Pack auch nicht. Irgendwas zu melden? Ein Haufen aufgeblasener Eierköpfe, wenn du mich fragst. Bis auf Ari. Er ist der Einzige, mit dem ich mich hier unterhalten kann. Hey, Ari, du Schuft. Schuftest du fleißig? Hey, Chief. Ich würde sagen, fleißig ist noch untertrieben. Was führt dich her? Der Deputy hier könnte Hilfe brauchen. Ist auf der Suche nach einer Patientin. Mal sehen, was ich tun kann. Dann lasse ich dich mal in Mr. Millers fähigen Händen. Wenn noch was ist, ich bin im Büro. Wenn man hier ein paar Jahre gearbeitet hat, kann man jedes andere Krankenhaus... Ich hätte einfach nach Aquila City gehen sollen. Ist sicher nichts Schlimmes. Wer ist denn? Ähm. Warum her? Ja. Oh. Und? Was? 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 Woher? Es ist sowieso egal, was wir reden. Komm, komm mal. Ein Ratschlag von dir wäre toll. Du hast mich in unserem letzten Gespräch zwar als Idioten hingestellt, aber ich fühle mich trotzdem besser. Und auch schlechter. Korras Grandpa, der gute alte Jacob, nervt mich ununterbrochen, dass er Korra sehen will. Und das ist kompliziert. Ähm. Du redest nicht viel über deinen Vater. Er ist nicht gerade mein Lieblingsthema. Meine Kindheit war... nicht gut. Meine Mutter ist gestorben, als ich sieben war. Manche Leute... erinnern sich an ihre frühe Kindheit. Ich... naja, ich erinnere mich an sie... primär an das Gefühl. Klare Erinnerungen habe ich nur wenige. Ja. Und was erinnernst du dir? Sie hatte so uralte Kameras. Richtig Hüllenmenschenmäßig. Hatte so ein Zimmer mit einem roten Licht. Da hat sie Fotos in einem Chemiebad entwickelt. Ich saß auf einem Hocker und habe zugesehen, wie sie langsam erscheinen. Das war wie Alchemie. Das ist eigentlich alles. Nur so kurze Momente. Ähm... Wie ist sie gestorben? Bei einem Unfall zerstörte sie sich total das Knie. Und sie sollte ein künstliches bekommen. Angeblich eine Routine-OP. Aber der beschissene Anästhesist hat es verbockt. Gerade ging es ihr noch gut. Dann nahm die scheiß Ärzte sie mit und... Puh. Was mit deiner Mutter tut mir alles ja leid. Ach, ist schon okay. Ist ewig her. Also hat Jacob mich alleine großgezogen und... Scheiße. Vielleicht bin ich zu hart. Ich meine, ich weiß, wie schwer das ist. Aber er war streng. Der war Bürokrat. Eine große Nummer in der Regierung. Und er hatte meine Zukunft schon geplant. Und Mann, der konnte einen echt krallen. Der war gnadenlos gut. Er hat es sicher aus Liebe getan. Vielleicht. Vielleicht. Ich konnte seinen Erwartungen nicht gerecht werden. Aber ich habe es versucht. Ich wollte ihn stolz machen. Er meinte, ich muss die Branche kennen. Frachter fliegen. Sehen, wie die Credits fließen. Den Jargon lernen. Währenddessen versuchte er mir für später einen Regierungsjob zu verschaffen. Was noch schlimmer klang, als Transportpilot zu sein. Wieso brauche ich immer wieder flirten mit ihr? Er erzählt mir sein Leben. Von seiner toten Mutter. Von seiner Kindheit. Von seinem Aufwachsen. Und ich sage auch einfach... Schade, dass ich nicht früher gelernt habe. Wir müssen... Wir müssen einiges nachholen. Das ist sowas von... Also... An Oscar gewinnen die von Bethesda nicht für ihre... Texte da. Hast du ihm immer gesagt eigentlich, dass du das gar nicht wüsst? Ich habe es sehr, sehr oft versucht. Er hat immer das Thema gewechselt. Oder alle Argumente einfach durch Logik niedergebügelt. Einmal bin ich hart geblieben. Da hat er gesagt, ich wäre undankbar. Und seine Mühe nicht wert. Hätte dich fragen sollen, was du überhaupt machen willst. Ja, oder? Sogar als ich Ranger war, hat er keine Ruhe gegeben. Sondern dauernd von Regierungsjobs geredet. Aber da kannte ich mich selber besser. Und konnte mich wehren. Lillian hat auch geholfen. Wenn ich Jacob in Korras leben lasse, dann träumt er sich irgendeine goldene Zukunft für sie. Und nagelt sie darauf fest. So wie bei mir. Er könnte Meisterkurse in Manipulation geben. Recht überrascht. Ja, kopiert dich. Er scheint Korra wirklich zu lieben. Also einfach Regeln aufstellen, wie du es bei Lillian vorgeschlagen hast. Ich glaube, das klappt nicht, aber... Ein Versuch ist es wert. Ich muss mal richtig nachdenken. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Oh, komm. So. Jetzt hält man mir eine Römer. Ich warte seit einer gefühlten Ewigkeit. Dann musst du halt ein bisschen warten. Ich freue mich schon auf meine Versetzung. Okay, dann... Viel Spaß mit deiner Versetzung. Vorsicht, wenn du oft diese Ekliptikpisser triffst. Die führen sich wie die Könige der besiedelten Systeme auf. Und sie nutzen alte, verlassene Anlagen gerne als Außenposten. Du weißt schon, die aus dem Kolonie-Krieg... Danke der Nachfrage, aber wirklich. Alles okay. Ich bin schon seit einem ganzen Jahr hier. Ein Jahr hinter dir. Eine ganze Karriere vor dir. Ha, du machst das toll. Jetzt bin ich schwindet. Ich helfe den Freestyle-Rangern immer gerne. Okay, dann... Sag mal, was du kannst. Ich versuche dir zu helfen, aber unsere Computersysteme spielen verrückt. Interessant. Die Frau, die ich suche, ist Computerexpertin. Die Patienten haben keinen freien Zugriff auf unsere Systeme. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Also, hinter wem bist du her? Hinter einer ehemaligen Soldatin namens Maya Cruz. Sie hat in Kolonie... Ich glaube, naja, der hat es ja jetzt nicht so... Ähm... Sö, nein, nein, nein. Ihr Name... Ihr Name ist Maya Cruz. Hm, der Name sagt mir nichts, aber... Vielleicht können wir die Sache anders angehen. Weißt du, weswegen sie hier ist? Eigentlich nicht genau. Ich weiß nur, dass ein langer Krankenhausaufwand nötig war. Und es hat sehr dringend geklungen. Das wird uns schon weiterhelfen. Gut. Mein Terminal hat Zugriff auf die Patientenakten. Falls die Datenbank funktioniert. Komm mit! Okay, Aaron Miller. Warte gehen. Joi, Joi, gerne. Okay, warte einen Moment. Weißt du, was in dem Sicherheitsflügel gemacht wird? Willst du mal die Wachen fragen? Maya Cruz. Ernsthaft? Maya Cruz. Schon wieder? Komm schon, Maya. Bitte sei da drin. Ich doch sicher, Aaron. Okay, endlich. Mal sehen. Es ist ja nicht umsonst ein Sicherheitsbereich. Keine Treffer für eine Maya Cruz. Wir haben quasi das Ziel, uns da rauszuhalten. Also hör auf. Mhm. Die Forschung, die die da drin betreiben, bringt dem Laden hier richtig viel Geld ein. Wenn Maya hier ist, nutzt sie ja wohl einen Decknamen. Was eigentlich logisch ist, wenn die Ranger hinter ihr her sind. Wie hängt jemandem, muss die Beschreibung doch wenigstens teilweise passen. Ja, lass mich kurz nachdenken. Okay, Moment. Ich weiß, dass wir gerade ein paar Patientinnen haben. Candice zum Beispiel. Wie hieß sie doch gleich? Doolin. Candice Doolin. Und diese Nakamori. Jane, glaube ich. Ich weiß spontan nicht, warum sie hier sind, aber das ist schon mal ein Anfang. Sicherheit. Durch das, weil ich da ein bisschen geschmunt bin in dem Ganzen. Wenn ich herausfinde, woher diese Computerprobleme kommen, fühlt mich das vielleicht zu neuer. Du darfst gerne das Terminal in der Ranger Station verwenden. Ich gebe dir Admin Zugang. Ja. Sehr gut. Ja, es ist immer total ruhig. Was eigentlich ja gut ist. Okay. Administrator Zugang. Liebe Frau hier. Das ist der Mk4 unbekannt. Stammt unter so andere Nativ. Was ist das Rupa Mk4? Mhm. Ich hatte sie im Getriebe. Ich hatte sie sich auf hoch. In meiner Vergangenheit ist es dann Ribera Catalan Tee. Also, das ist dann die wirklich war. Hm. Okay. Okay. Weiß ich schon. Sechs Tage durch Amila System ist gefinanziert. Okay. Ich brauche nur mal Zugang zum Licht zu gehen. Ja. Meine Suche nach Mike Bruce, einem Technikgeniet und hochrangigen Mitglied der FIRST hat mich zur Klinik geführt, wo die Computersysteme gestört sind. Mit Hilfe eines Terminals habe ich die Störungen zum Zimmer einer gewissen Catalina Rivera, rückverfolgt einer Patientin im Wildflügel. Um dorthin zu kommen, muss ich Dr. Titus Cassidy überzeugen oder in seinem Büro nach einer Schlüsselkante suchen. Ich will nicht unhöflich sein, aber wenn das kein Notfall ist, lasst ihr bitte von jemand anderem helfen. Ich brauche hier etwas anderes. In einem Wildflügel versteckt sich wahrscheinlich ein Flüchtling. Ich brauche Zugang. Selbst wenn das wahr ist, was ich bezweifle, ist der Zugang zu diesem Flügel beschränkt. Wer genau bist du? Ähm... Ähm... Mag ich zeigen? Deputy Joe Fox steht zu Diensten. Ich brauche deine Hilfe. Selbst wenn du Solomon Co. höchstpersönlich wärst, wäre die Antwort nein. Regeln sind Regeln. Keine Ausnahmen. Bürokratie kann wirklich absolut alles ruinieren. Ich bin beim Überzeugen besser als beim Medizin. Ähm... Überzeugen. Hör mir einfach kurz zu. Ich habe viel zu tun. Fasse dich kurz. Es muss ja nirgter Feuer fahren. Solange du zügig und diskret arbeitest, würde das wohl niemanden stören. Es können viele Menschen in Gefahr sein. Hilf mir, sie zu beschützen, Doktor. Das klingt ernst. Vielleicht hast du recht. Menschen, die ich jage, sind Mörder, Doktor. Zugegeben. Das ist ein überzeugendes Argument. Es gibt sicher einen Weg, wie wir beide zufrieden auseinander gehen. Ah, das ist besser. Hilf mir, die Menschen im FreeStar-Kollektiv zu beschützen. Ich will nicht, dass jemand leidet. Genug davon. Ich sehe schon, dass du dich nicht umstimmen lässt. Ich kann eine Ausnahme machen. Nur dieses eine Mal. Damit kommst du rein. Bitte führe deine Ermittlung zügig und diskret durch. Ich hoffe doch, ich werde das nicht bereuen. Worte singen. Wegen. So. So. ... Wegen. Wegen. Hope. Die Klinik ist in medizinischen Kreisen legendär. Oh, das ist aber nicht legendär. Na, sieh mal einer an! Erzähl das aber bloß nicht, Korra. Hm, mach ich. So, mach ich nachher. Ja, das ist doch, dass ein Bruch ist, wenn es so ist. Fuck! 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 Well... Es ist mir hier. Es ist mir das, was du... Es ist mir... ich durchsuche das zimmer der patientin katharina rivera was passiert immer immer ist Ja, ja. Der Klima muss das drauf machen. Mit Sacher aufgefasst. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Okay. Entschließungssequenz abgeschlossen. Maya, die Rangers sind uns auf der Spur. Sie werden dich finden und wenn sie das tun, werde ich deine falsche Identität nicht schützen. Es wäre besser, du versteckst dich an einem sicheren Ort. Dein Unterschlupf in der alten Asteroid-Asteroiden-Mine wäre es Sakharov wäre perfekt. Es wäre vielleicht auch kein Fehler, eines der Notfallschiffe der Klinik zu stehlen, für den Fall, dass du schnell verschwinden musst. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit. Die Operation ist fast vorbei. Du hast für uns wichtige Arbeit geleistet. Falls ich nicht mehr die Chance bekomme, dir persönlich zu danken, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich dir für deine Tapferkeit und deine Loyalität der Einheit gegenüber ewig dankbar sein werde. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammengearbeitet zu haben. Major Heil. Okay. Okay. Das ist eine kleine Böse-Böse-Böse-Böse. Das ist gerade mal. Ansonsten. So, okay. Ich gehe dann mal wieder, ähm... Hoffentlich bin ich dir von Nutzen. Du findest die Patientin im Krankenflügel. Was weißt du über die Patientin namens Catalina Rivera? Catalina Rivera? Der Name sagt mir was. Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß noch, dass sie gleich nach ihrer Ankunft in den OP gebracht wurde. Ihr Zustand war schlecht. Sie muss richtig viele Credits haben, weil sie nach der OP nämlich in den VIP-Flügel gekommen ist. Ich will nicht wissen, woher du die hast, aber... Ja, damit kommst du rein. Ich hoffe, du findest die Verdächtige. Und im Übrigen, soll ich das unterärzt in den VIP-Flügel? Wenn's was Schlimmes wäre, hätten sie mich doch sofort drangenommen. Oder? Ja, ich hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Wie geht's? Arsch. Ich würde nur sagen, dass du ein Ärzte kochst und wir ein VIP-Reicheln. Eigentlich wollte ich professionell kochen, nicht sowas hier. Okay, das gibt's mir wohl alles. Kann ich dir irgendwie helfen? Hey, die Fahrtkursbechle. Sehr gut. Komm, wir wollen. Ich mach mich, ich mach mich aus. Da kommt nach und da macht ein riesiges. Ja. Sollten wir was reparieren? Okay, kein Problem. So, jetzt probiere ich noch mal was, was ich gestern hast. In dem ich ganz abgeworfen habe ich die Stille, die wir jetzt noch nicht so gut erlasten. Wir brauchen die drei Teile. In Ostsee. Dann merken die ein Wohnmobil. Ein Wohnmobil. Ein Wohnmodul. Von... So, die haben das jetzt wieder. Ah, ich habe Stroud, da ist schon. Stroud, zweifach, dreifach, genau. Stroud Technikstation. Muss man überlegen. Technikstation. Warte mal. Ist das das, was ich will? Die ist aber schon unten. Ja. Dann... Steig... ... ... ... ... ... ... Ja, das funktioniert! 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 Jetzt waren die Übergänge da einfach nur da hat man entlang gehen können und da war es dann aus. Jetzt habe ich da ein Wiss geschossen und ein Lagerraummodul. Genau, passt. Ja, Test. Ja, das ist in Ordnung. Verlassen. Nehmen. Sehr gut. Und jetzt? Schießbrüder! Und wo sind die Vorben? Schießbrüder! Ja, das ist ein Wiss. Ja, ja, ja. 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 Ich muss die Abstand noch mal rein. Ja, ja. Ja, ja. Na, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau, du weißt, dass es sich mal kaputt ist, dass der Gangkletten im Augenblick schon vor ist. Ein Akkupunkt. Wenn man es natürlich ist, davor, wo es rauskommt. Gut. So müssen wir jetzt ein Öffnungsdruck sein. Ja genau, so müssen jetzt ein Öffnungsdruck sein. Oh, okay. Hey! Hallo. Genau, das ist das, was wir schleißen. Ja! Okay, jetzt sind wir zum Pisten. Genau, jetzt sind wir ein Spannungsdruck. Und da drüben hat was geöffnet. Sehr gut. Ja, ich habe Zeit. Ja, sehr gut. Aber es ist was Neues. Sehr gut. Sehr gut. Ich schaue es da vorne. Dein Schiff riecht viel besser als Dads. Viel besser. Ja. 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 Na ja. Doch, mach ich nicht. Wo? Wo? Was kann ich für dich tun? Warum? Was willst du denn wissen? Ich recherchiere zu den mechanisierten Kampfeinheiten, die im Koloniekrieg eingesetzt wurden. Behalte das aber bitte für dich. Es ist nicht ganz legal. Ich habe durch meine Recherchen schon Ärger mit Ryujin Industries bekommen. Ich will nicht noch mehr Probleme bekommen. Scheiß auf Ryuji. Ich würde gerne über deine Arbeit sprechen. Darüber rede ich immer gern. Ich habe es jahrelang als Hilfsmittel verwendet, weil es kreative Prozesse stimuliert. Beide waren meine Vorgesetzten bei Ryujin anderer Meinung. Nicht jeder versteht seine Vorteile so gut wie ich. Ah, da müssen wir nichts bringen. War nett mit dir zu plaudern. Ja, das Gespräch wird jetzt beim dritten oder vierten Mal mit ihm. So. 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 So, gucken wir mal an. So, gucken wir mal an. Wir sind wieder alleine. Oh nein, wir sind wieder alleine. Oh nein, wir sind wieder alleine. So, wir sind wieder alleine. So, wir kommen jetzt mal ein wenig fest. Jetzt will ich ein kurzer Sprung mal. Sack raus. Okay, bereit halten. Alle Waffensysteme aktivieren. sprung abgeschlossen wollen wir noch mal nur zum spaß ja 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 Ich glaube ich das bin. Nrgmal? Alle Anzeigen grün, wir sind angedockt. So. Wir müssen warten. Okay, bist du bereit? Die Galaxie ist zu groß, um immer am selben Fleck zu bleiben. Ich trage gerne alles für dich, wenn es im Rahmen bleibt. Okay. 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 Waffe ziehen natürlich nicht vergessen. Guten Tag, Ketten. Waffe ziehen, Waffe ziehen, Waffe ziehen. Ja, Waffe ziehen, Waffe ziehen, Waffe ziehen. Geh mir so. Schauen wir mal, wie ich recht kann. Wir reden mit dir, ich weiß es nicht. Ich habe dein Schiff an Docken hören, ich weiß wer du bist, und dass du mich verhaften willst. Ich muss dich warnen, ich hatte lange Zeit, mich hierauf vorzubereiten. Entweder gehst du also wieder, oder ich begrabe bald deine Überreste. Okay. 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 Okay, okay. Okay! Okay, okay, so do you have to leave me here? Okay. Okay, so do you have to leave me here? Das war's. 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 Oh, okay. Das war's. 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 Warum? Das war's. 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 Das mükt mich. Mir macht mich nichts. Das ein paar blöder die deal 4 Backe 5 Schuze 4 Acht 5 Schuze ok das kann man jetzt so machen machen wir das machen wir 5 schäden und dann bereiten wir das und dann sind wir nächste Runde servus ja was macht der mit den scheiß ja klar am Ende der Runde so für 3 Runden inaktiv mhm 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 Das ist so blödsinnig, das ist so blödsinnig, das ist so blödsinnig, das ist so arschlochhaft, ja schisch, wirklich, äh ja, die brauchen wir da auf jeden Fall. So, dann, die, die, den eine, dann, den Arsch auch noch besser kommt. Aber, sagen wir nicht, meine restlichen Garten vernichtet, ist mir das wurscht. Ich brauch unbedingt. Ja, das heißt, ich kann dies ausspülen und dies ausspülen. Oh, was machst du jetzt? Lustiger. Ja, ja, ja. ja 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 ich jage allein so jetzt kommt er zurück herunter glaube ich ja dass es sich schaden muss man mal automatisch rechnen und jetzt kann ich den hau rausspülen kann man die ganzen zauber der einsatz zauber machen dann ja ich hoffe dass das das um und umreißt ich hoffe dass das um und umreißt schon wieder heilen alter was ist das für hexenmeister gemäxenmeister immer gespielt wie ein dinks ja ja weg mit am bursch so ich habe man keine karten mehr ok ok dann muss man den einmal Da spielen wir auch noch einen anderen aus, auch noch einen anderen aus, auch noch einen anderen aus. Wirklich ins Knie, du Arschloch! So, drei, vier, drei, vier, wir brauchen zwei, wir brauchen vier, wir brauchen drei, wir brauchen noch mal drei. Bitte nicht auf mich selber! Ja, ich kann es kaum glauben. Ja, ja, halt die Goschen. Am glauben. Ja, gut. So, hier ist es interessant. Das wäre jetzt nämlich die. So, ich muss mal fünf, zwei, 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 dann muss man, äh, vier, fünf, Dann war das nicht geschwächt mit Papieren. Wo war das mit Papieren? Mhm. So, jetzt schauen wir uns nur, ja. So, dann ist es ganz wichtig. Ich jage allein. Okay, das ist ganz wichtig. wir haben So, können wir nur den originalen A-Show machen. Scheiße Scheiße, 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 scheiße Okay, das ist nix Leider So, es ist 20.1 Ich lege mich mal nieder Ja, hier hab jetzt 2.47 2.47 Das war halt Ja, Wahrheit Ja, jetzt schauen wir mal noch Wer zum Schauen Schauen, schauen, schauen Das Schmuntfestival 29.25. September bis 2. Oktober Okay Ja, die hab ich alle schon So, ha, 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 ha So, Business Father Hey, das ist kurz online So hab ich gespielt, wie es damals rausgekommen ist Das war aber auch ganz interessant Wo ist die Spür, wo es mich freut? Wo ist die Spür, wo es mich freut? Da geht's la Da 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 Dann ist es auf die Dach mit dem Kind und Life is You gekostet auf 5. März, das ist 40. Life is You fühlt sich sicherlich auch gut, schau mal sicher an, schau euch mal sicher an. Wo ist das, 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 im Paradox sieht ein neues Spiel aus, ich weiß nicht genau wie das heißt. Ganz einfach, ich schau mal bei Gamestar noch, da haben sie einen Artikel drüber geschaut, habe ich halt schon gesehen. Bei Gamestar. Und auf alle Fälle bestimmen. Und am 3. 3. Oktober schon? In 4 Tagen? Warte mal, 1 Tag. 3. 3. 3. 4. 4. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 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 6. 5. 3. 1. 4. Ja, ich würd's eh interessieren, aber vor allem weil's Frauenmannschaften jetzt dabei haben. Das hat schon lange gefällt, aber ich glaub ich hab's eh beim letzten Mal auch schon gegeben. Auf Frauenmannschaften, das ist, das war etwas, was mir für mich ein bisschen Interesse sagen darf. Ja, vielleicht am Wochenende mal, dass ich kurz rein spiel. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall Lamplight Leech, Lamplight Leech. Ah, das ist gut. Die Liege der Leuchten. Hm. Jo. Ist jetzt sicher lustig zu spielen. Aber wann soll man das alles spielen? Wann? Hm. Aber ich spiel, also passend immer das auf alle Fälle. Ich steh auf diese Worte spiel. Ich spiel auch mit 6.30 Stunden. Auf jeden Midnight sind's. Schreckt der Lens 307. Da hat er da wieder nachgerufen wegen einem Tag. War noch lange nicht durch. Das wird auch wieder mal zum Neumelspielen. Da sind schon ein Dutzend deutsches inzwischen gekommen. Ja. Hm. 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 Was ist das? Brunia. Örli. Nein. Örli. Das kennen sie. Wittl. Ich stehe auf Early Access Schule. So wie Walheim zum Beispiel. So wie auch. Aber, ähm. Word of Things habe ich auch schon tausende für Stunden spiel. Ja, das ist ein Monkey Book Book, die Prochalactic, ja, das ist mir zum Punkt irgendwie, Storyteller. Story and the Will of East, das habe ich auch ein bisschen gespielt, über den Game Pass, das war ganz cool, nur ist es für mich nichts, weil ich fang mal zu spielen, es gibt einen Punkt, wo ich dann einfach nicht mehr weiß, was ich tun soll. Marvel Avengers, nein, ich weiß es nicht. Ja, das klaut. Vielleicht ganz cool. Michael 5, das habe ich auf dem Dings. Wie heißt das schon wieder? Auf dem Epix dort, genau. Wo ich es schon gesagt habe. Aber, haben wir noch was für Interest. Oh. 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 Wo ist es? Da sind wir. Da sind wir eins. Achtung. 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 Hm. Achtung. I'm sorry. The only problem in this type in this game is, that has no respect for your time, I can't count how many missions I can have to cover, that we sired. Ja, er sagte, das ist mehr Walking Simulation wegen die weiten Strecken bei Artillerie und so weiter. Das finde ich auch nur bleib, dass er es auch nicht empfohlen macht. Da empfiehlt jemandem ein Spiel nicht, weil es zu schlecht ist. Er schreibt seine Meinung da runter, ist okay, aber dann 94,7 Stunden hat er das Spiel gespielt. Er spielt 94,7 Stunden ein Spiel, was ihm nicht taugt. Das kommt mir in die Versuche immer, weil das schreibt er ja. 0,3 Stunden, das lassen wir einreden. Wenn du einer schreibst... Ja... Storyversionsprodukt mit einem Blüster. Hmmmm... Ich hab's ja eh auch Zeitlang gespielt auf meinem Epic. Und... Ja... Don't buy this game. Hm... Das ist der nächste. 165 Stunden gespielt das Spiel. Er hat 165 Stunden seines Lebens reininvestiert in das Spiel. Weil's ihm so getaugt hat. Oder anscheinend nicht, was er da schreibt. Aber... Allen warst du unplayable without mods. Also absolut unmöglich zu spielen ohne mods. Schreibt er. Ja... Und ich hab ungefähr 25 Stunden gespielt auf Epic Store. Und ich hab keine mods gebraucht. Ja... Manche Leute sind schon dämlich. Ja... Örtzig und Örtzig 2. Das waren die Hammer-Spiele. Ich weiß gar nicht, wo die rausgekommen sind. Örtzig... Das ist... Was hab ich Internet neben mir? Schauen wir mal. Örtzig... Kann mich da dunkel erinnern dran, dass ich da mit der ersten Freundin noch zusammen war? Das heißt, es muss um 2000 rum gewesen sein. Örtzig... Örtzig... Release... Ja... Sag ich auch. Am 1. Juli 94 ist der erste der rausgekommen. Und der zweite der... Ist am 31. Dezember 95 rausgekommen. Uh... Uh... Das ist geil. Und Dynamics. Alter, das waren die Entwickler. Das waren die. Ja, ihr könnt's eigentlich hören zwar schon. Gott... Könnt ihr die Bilder überhaupt immer nimmer? Ähm... Nein... Geht einfach nicht. Ich komm ja noch nicht so aus. Und ich... Ich will... Tut mir leid, aber ich will nicht... Äh... Zu viel Informationen... Preis geben. Weil ich... Ich weiß nicht, ob da irgendwo steht. Äh... Google-Konto und so, ne... Ähm... Ja... Aber Örtzig 2 war cool. Wie gesagt, das war cool. Aber ich würd's nicht vergleichen mit Örtzig 1 und 2. Ja... Weil... Es war was anderes. Hm... Battlefleisch wollte man auch ganz gut. Das bin ich nämlich immer erinnert. Das hab ich nämlich auch gekauft gehabt zu bauen. Aber ich weiß nicht, was ich gekauft habe. Das hat nur die Grundversion. Ja... Es ist aber gespielt. Es ist sehr positiv gewesen. Ausgeglichen. 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 Da sind ja alle ausgeglichen. Die anderen Gruppen. Warum nicht nicht weg? Ein Lachtes-Greben hat hinterher spielte Mutterfähren. Und das dann sofort einmal... Okay... Äh... Er hat das Spiel geliebt. Aber... Wenn der Multiplayer sofort sagt er nein. Das Spiel ist scheiße. Ihr könnt es mit dem Arsch lecken. Und spielt 1.933 Stunden. Okay... Gute Meinung. Gute Meinung. Ich denk... Das find' ich auch leihwand. 6 7 Stunden gespielt. Und dann sagt er... Das ist jetzt total broken. Und so... Aber... Das ist okay. Ich denk nicht. 10 Stunden. Also nach 7 1.5 Stunden. Bewertung abgeben. Ich kann mich erinnern. Ich hab auch Probleme gehabt mit dem Spiel. Äh... Das war mit dem... Ich hab immer gewusst. Wie das mit dem Mechreparieren gehört. Da... Da hab ich nicht mehr ausgegangen. Aber durch das war die Battletech jetzt ein bisschen... Letzter Zeit ein bisschen... Und das... Vermüht hab' um die Geschichte am Battletech. Und ich kauf' mir auch ein paar Bücher drum. Ja... So... 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 ne... So... Ja... So... 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Auf Wiedersehen. ganz cool, aber mir freut jetzt was anderes ein ich weiß was mir verdammt gut gefallen hat ah klar, das ist natürlich mein Lieblingsspiel nein, das war nachher ich liebe die Trelle von Stellaris greetings chancellor, our empire has advanced beyond even my most optimistic projections our domain has spread across the stars and relentless technological progress has unlocked vast new realms of potential for our species and it falls But with the discovery of the Nah, in Isootest Will From the Shroud You see the guidance From us You will have proofs What we have seen We will share And some will look Some will bow We are receiving reports That Colony Europa 7 Has in fact been destroyed By an unknown The estimated death toll Is in the billions My entire family The attackers are being called Gamma aliens It's my Lieblings intro I feel like the day you were born Was like a lifetime ago It went by so fast I need to go But Know that you've been with me Every day Stay strong Don't be afraid Everything will be okay I promise Know that I did what I could To protect you I solemnly swear To devote my life and abilities In defense of the United Nations of Earth To defend the Constitution of Man And to further the universal rights of all sentient life From the depths of the Pacific To the edge of the galaxy Ratings are off the scale What is that thing? For as long As I Shall Live What is that? The best trailer In every Stellarist Ich hab alle Stellaris tolle gekauft Zum ersten bis zum letzten Dass wir das unterschlagen haben Das verstehe ich auch nicht Das Stellaris Galaxie Edition Upgrade Ich hab die Galaxie Edition gekauft Weil von Anfang an gewusst hab Dass das Spiel endlos geil wird Das ist Edge of Wonders 4 Das ist aber auch ganz gut Das ist All In Ordnung Die Station 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 Ja. Ja. Ja, ich weiß ja, es war cool, ich spiele es aber auch quasi noch. Vielleicht sieht man drüber, aber nicht drüber. Das war richtig gespielt. Ja. Na gut. Es ist jetzt schon 3 Stunden auf Minuten. Immer so aufhören. Ja, bis morgen dann. Morgen ist... Dann schauen wir mal, was uns morgen einfallen wird. Weil ich schätze einmal... Jetzt wird es mir vielleicht besser sein, aber... Cyberpunk werde ich eher Solo spielen. Ohne Stream. Weil das hat nämlich, was ich nachher gesehen habe, viel Musik drin. Was... Geschützt ist. Das heißt... Anscheinend... Wenn ich das Spiel... Mach... Also... Spiel... Dann kann ich Schwierigkeiten kriegen mit Bitch oder sowas. Äh... Ja. Aber Starfield werde ich jetzt wahrscheinlich weiterspüren. Mit der Quest zum weitermachen mit Sam, mit dem Feigenhund. Ja. Okay. Dann... Sag einmal Tschüss. Geht dich. Und... Waschenheit. Ja. frameworks mächtet. Neil.